Ich war nicht zuerst da, dass ich mich rüberkomme. Ich landete hier in der Nacht. Wir haben den 25. November 2022. Heute ist nicht so schlecht bewolkt, wie man sieht. Ich glaube, ich bin zuhause schon. Jetzt ist es 9.08 Uhr. Wir haben den 25. November 2022. Ich bin der Flamur Schade.